Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu meiner ersten comments video auf PS5 und zwar mit Karl Lauterbach gegen Scheißhauchen Äh, ja, ich wollte das Video schon lange machen, aber ich habe keine action. Und da kommt Karl Lauterbach. Verpiss dich! Panik mindestens! aber ich kann ich kann dieses fressen nicht mehr sehen was der schönste scheiße gelagert hat und er ist ja jetzt schon mal komplett herrkulisiert auch wieder cool zwar 3 4 zu viel was der schon mehr für scheiße gelagert hat ich kann den nicht mehr tragen hätte hört doch nicht mehr auf wird ein scheiß corona ist kein thema mehr es gibt zwar corona noch wie sagt die mutter von meiner freundin zum beispiel corona ich kann soll auch zeitlich zu meiner freundin ist halt so ist ja alles in ordnung ja aber es ist halt eine grippe mehr nicht derzeit also es wird einfach keine panik mehr damit geschrieben wie damals aber er wird nicht auf ja wie soll zu weihnachten am besten eine maske tragen und so vorher fühle ich kugelmann dass sie dünn und ich bin so schade dass dieser eine einzige übergibt von 22 hier kommt wieder die hände reibt und schön wird der impfung geld verdient ich verarsche euch alle jetzt kommt der gegner oh schulde unterhose der gegner hat auch eine ich bin jetzt ja ich bin schokolade aber es passt perfekt weil es einmal auch aussieht wie scheiße und ah ist das nicht schön ich bin so bärstig deswegen eigentlich hatte ich ja mal vor pokémon videos zu bringen auf meinen kanal mit nur halt die rankämpfe waren ja nicht mal so schön haben keinen spaß mehr machen aber es passt einfach nicht zu meinem kanal weil pokémon wird ja von kindern geschaut und dann ist sowas wo man sowas sieht aber als frau muss man ja auf parfüm stehen und schmink videos machen ich mache sowas das ist mein style das horror verstörende meine brille ist schon wieder aus warum ist meine brille aus ich glaube da muss schon wieder was löten ja da war ja freu dich mit deiner scheiß fliege geile Wow! Geil! Finger weg! Da hilft eine Corona-Impfungung nicht, wenn du jetzt hier der Scheiße frisst, was man so ist. Oh, hat er sich die Winde schon voll gepisst? Oh, vor Angst! Er trinkt die nächste Winde! Das ist laut aber echt! Der rennt wirklich so rum! Ich würde es so gerne, wisst ihr Leute, ich würde mal so gerne mein Video machen gegen Shoyoka oder so. Irgendeinen grünen Politiker würde ich erstellen, aber das Problem ist halt, bei denen habe ich es. Shoyoka weiß man ja, die kann überhaupt gar keine Kritik ab und überhaupt gar nichts ab. Die sind ja alles inszenen, äh, als Angriff und bei den grünen Politiker, da muss man aufpassen. So, Claudi! Vielleicht habe ich mein Signature. Das Problem mit der Tüterstandsfähigkeit. Au! Ah, scheiße, ich hab' nicht aufgepasst. Ja, lauter macht Pinnmilch. Ja, ich hab' das normale Pinnsystem eingestellt, weil ich will nicht mit der Batterie meinen Controller kaputt machen. So, Claudi! Jetzt geht's in der Ecke! Jetzt gibt's eine Kopfwäsche mit Scheiße! Mh, lauti, guck mal! Oh, guck mal! Oh, guck mal, wie das sich umfreut! Oh! Ja, ey, ich bin so bärstig! Warte mal, sitzt da gleich die Widerstandsfähigkeit ein? Ja! Ha! Bist'n Idiot! So, lauti! Wollt's so langsam? Äh... So, lauti! Jetzt gibt's... Ha! 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 Mund auf! Lecker! Warum ist die Kamera schon wieder weg? Ja! Nein! Ich drück doch auf Paul! Stopp! Oh, stopp! Nein! Nein! Ich drück doch auf Paul! Oh, stopp! Nein! Ich drück doch auf Paul! Krieg's halt nochmal Scheiße! Frissen! Oh, ja! Oh, ja! Heul raus! Meine Frisse! Ja, die KI muss ich natürlich für seine Waffe holen! Natürlich! Oh! Es ist laut, aber so schwach, um den Hammer zu tragen, oder was? So, jetzt gibt's noch mal einen Happer! Aber da muss stehen bleiben! So! Na! Ich werde gleich noch ein Video gegen den Olaf Scholz noch aufnehmen! Gegen den perfekten Olaf Scholz! Ich hätte auch eigentlich nicht den perfekten Lauterbau nehmen können, aber ja! So, dass man den normalen Lauterbau verprübeln! Tolli schafft! Laauty! Wir können die Runde gleich fänden! Dann könnte ich das Video bald auch auf TikTok ruchplanen! Falls Tiktok sind allein nur 10 Minuten! So, Laauthi! Mund auf! Mm´mept! Lecker! Lecker! Wieso geht die Kamera schon wieder nicht?! Ich hab's aber rausgestellt, ob sie will ich's durchkriegen. Warum blocken die immer das Team? Na, Lauda, Laudi, lässt du mich in Ruhe? Dass du als Panikmister, eigentlich müsstest du doch Panik kriegen, wenn du gegen so viele Krankheiten und so kämpfen musst. Nein! Das ist Finisher! Au! Au! Nein! Er hat den Move! Nein! Na, Lauda, nein! Tu es nicht! Nein! 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 Nicht den Finger! Nein! Er püttt mich! Er püttt mich! Niemals! Boah, ich muss den Lange pinnen, sonst versiegt er mich wirklich noch, weil er... Lauterbach! Äh, hab da! So. So, jetzt gibt's Signature! Aufschieb bitte, Laudi! Juuu! wenn ich das nun war was gesundheit panikminister die allerdings hier fried zurück jetzt gibt es essen es ist wirklich verpackt ich verstehe es nicht aber ich habe jetzt einen finisher dass der sich überhaupt ohne maske raustraut ich müsste doch mit maske kämpfen es gibt immer noch leute laufen beim einkaufen mit maske rum es ist so schlimm und bei uns auf arbeit wurde gesagt wenn du eine erkenntung hast dann trag bitte eine maske ja ja ne mache ich nicht maus und er konnte den finisher ich blau die ich hasse ich komme jetzt drin ja schön laut ihr habt toll gemacht das video ist zu lang für tik tok ich muss das zusammenschneiden komm jetzt her ja au mein arm au 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 nein ich glaube noch hier ist eine schwechheit ne da komme ich raus ach er ist doch groß genug was ist mit denen hat er die zehnte impfung oder was was ist mit denen ich hätte schon längst wenden können und was hat er mit meiner hand du fester gerade eine hand dann die voller scheiße ist aber ist scheiße ja anscheinend bist du selber scheiße es kommen rin es kommen rin hui bautobacht lang fliegen so jetzt schluss hier friss kacke mhm mhm ich bin so ich liebe sowas schön verstörend eklig und brutal das ist mein das ist mein hoher geschmack aber ich freue mich schon auf 24 mal gucken wie das wird ich glaube ich kann ihn wieder erstellen ich muss ihn jedes mal jedes Jahr erstellen hm ich mache noch ein video mit meat grinder gegen ula schulz und dann bin ich fertig heute